Willkommen zurück zu Outlast. Und ich hoffe, wenn ich jetzt auf Zurück zum Spiel klicke, dass uns da nicht gleich der Kreissegen-Heini anfällt. Wenn ich hier mitten grad in so einer Fluchtsequenz bin, vielleicht ein besserer Punkt mehr aussuchen sollen, um die Pause, die Folgenpause einzuleiten. Wo ist der Typ? Wo ist der? Haben wir jetzt da lang gelatscht? Und wo kann man das Gas abdrehen, verdammt! Okay, da ist er. Dieser Arsch. Der ist hier ran. Oh, hier geht's lang, ha? Ja! Da geht's lang! Geil! Boah, super! Gasraum, okay? Wallrider Project. So, hier geht's nicht lang. Ah, und hier kann man das Gas abdrehen. Sehr schön! Erfolg freigeschaltet! Gasleck! Okay. Problem ist nur, ich muss jetzt mit Sicherheit wieder da durch. Wenn die Tür jetzt aufgeht, steht er dann dahinter. Der Typ ist jetzt natürlich immer noch hier unterwegs. Kann ich da rechts? Ist das ein Durchgang? Ah ja! Sehr gut! Aber der geht doch jetzt garantiert auch hier entlang. Da ist er! Okay. Und er geht in den Raum! Ja! Komm, 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 auf! Move it! Ja! Ciao! Arschloch! Geil! Fette Scheiße! Und eine Batterie! Yeah! Geil! Wup, wup! Okay, feier ich, dass wir das jetzt so gut geschafft haben. Dann doch im zweiten Durchlauf. So! Achso, hier war ja der Kollege, der, äh, jetzt nicht mehr ist. Ich fand das grad. Kurz durchatmen. Ach krass, hier geht's... Ah, hier ist... Hier ist draußen! Okay. Mh... Mh... Warte, ein Screenshot wieder machen? Äh... Was? Achso, hier! Ah, super! Das... Sowas hat man doch schon mal hier. Äh, so mit, äh, draußen und... Versteckspiel. Damals noch mit, äh, Specknacken. Oh, das sieht aber auch schon wieder verdammt gut aus, ey. Den Nebel, find ich sehr geil. Find ich das gut. Ne. Aber, es lohnt vielleicht trotzdem mal drunter zu gucken. Nö. Lohnt sich nicht. Hallo? Ach krass, da kann man sogar richtig reingucken, ne? Da steht so ne Art Bank. Oder ist das einfach nur ne Spiegelung von hier draußen? Okay. Ach, ist das jetzt die Tür von der anderen Seite? Diese Ausgangstür? Dann... Wer läuft denn da rum? Oha. Okay, ich vermute mal, dass es da wirklich lang geht. Dann versuche ich noch mal grad eben die andere Tür hier hinten. Okay, die war eben noch... Die war eben noch verschlossen. Verarsch mich doch nicht! Nein! Nein! Du war mein! Jetzt bringt mir natürlich die Kamera auch mal gar nichts. Weil... Hier... Das ist Nachtsicht. Da läuft er. Da hab ich ihn eben laufen sehen. Durch die Tür kann ich nicht, das seh ich jetzt schon. Ah, shit! Das sieht echt so gut aus. Ich muss hier ständig Bilder machen. Das Spiel... Das Spiel sieht ihm schon echt klasse aus, muss man sagen. So, aber wo geht's jetzt lang? Die war zu... Ah, wahrscheinlich hier hinten lang, wo der Heinz durch ist. Die werden doch schon wieder rumlaufen. Hier mit diesem Gitterzaun, das hat so ein bisschen was von Silent Hill, finde ich. Ich will gar nicht so sehr im Lichtschein hier rumlatschen. Deswegen... Wenn man... Wenn man gebückt ist... Ach, auch wenn man steht, kann man nicht durch die Sträucher durch. Also nicht so wirklich. Mach doch nicht immer so'n Krach, wenn du springst. Das ist ja genauso schlimm, wie bei dem anderen. Ah! Geh doch, da kann ich... Geh doch, da tu ich... Geh doch, da tu ich bitte. Was bitte war das? War er das? Dieses blöde Arschloch. Geh doch weg von mir! Geh du... Geh du weg von mir! Äh... Wo... Wo ist hier... Wo geht's hier lang? Boah, ist das fies mit dem Nebel. Was? Äh... Tür zu? Kann ich hier irgendwo... Ich hoffe, das bringt was. Alter... Scheiß die Wand an! Ich würd gern mal wissen... Oh, Moment. Das Ohr juckt. Ich würd gern mal wissen, was das grade war, was uns von hinten angefallen hat. Das kann dir eigentlich nur, äh... Boah... Segen Jimmy gewesen sein. Den ich jetzt... Ich nenn den jetzt einfach mal Segen Jimmy. Prison Block. Toll. Ah, da kann ich aber nicht rein. Okay, okay, okay. Okay. Kann ich da hoch irgendwie? Okay, da geht's hoch. Habe ich hier vielleicht irgendwas übersehen? Und was bringt dieser Raum hier? Offensichtlich ja... Gar nichts. Wie lohnt man eigentlich? Bündel nach neun. Gar nichts. Bringt absolut einen Scheiß. Okay, hier bin ich... Okay. Oh! Ach komm, versuch's nochmal. Das schaffst du schon. Ach komm, auf. Jetzt aber, ne? Du schaffst das. Jetzt aber, auf. Gib dir Mühe. Gib dir Mühe. Ach du... Der spielt Basketball mit nem Kopf. Warum mutert mich das nicht? Kann ich da rein? Nee. Aber war das dann vollkommen sinnlos, hier rein zu laufen? Also, zwecks Flucht schon mal nicht, aber... Boah, ist das krass gemacht, wie hier die Wahnsinnigen alle rumlatschen. Kann ich hier drüber? Nee, kann ich nicht. Bin ich da... Bin ich von hier gekommen? Alter, mir fehlt komplett der Durchblick. Ich habe keine Angst. Nein, 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 nein. Das ist alles nur Schein. Hm. Ich dachte gerade, da hängt einer. Okay, dann bin ich wohl von hier gekommen irgendwie. Weil das kam mir gerade alles sehr bekannt vor. Gehen wir mal hier lang. Okay, das kommt mir nicht bekannt vor. Also, diese Position kommt mir schon sehr bekannt vor. Aus Outlast. Aber dieser Ort hier nicht. Geht's hier lang? Warum sei jetzt gleich wieder Segen-Jimmy rausgesprungen? Nee, da geht's nicht lang. Dann der andere Weg. Dann muss es wohl der sein. Bringt der mir hier irgendwas? Nö. Der hängt einfach nur mal rum. Ich will schon wieder einen Screenshot machen. Okay. Kann ich da... Oh klar. Bomb. Haha. Bringt mir noch nix. Aua. Ich dachte gerade, da steht einer so von übergebeugt. Oh krass. Ich kann hier durch. Ist das der Weg? Der Weg? Der Werk? Okay, krass. Das ist äh... Krass. Also hier geht's nicht wirklich weiter. Oh, oder doch? Nee, warte mal. Geh noch mal zurück. Kann ich hier hoch? Da hoch? Nee. Kann ich nicht. Okay, dann war das scheinbar ein kleiner Geheimweg, den wir hier entdeckt haben. Kann ich da hoch? Ja. Kann ich. Achso. Ah, Moment. Okay, okay, okay. Das war jetzt aber wieder der Weg, von dem wir gekommen sind. Verstehe. Ach, die Kanalisation, die kennen wir doch schon. Okay. Ah, das wäre ja auch zu schön gewesen. Wenn wir jetzt da rausgekommen hätten. Was? Boah, sie hat mich hier alles so an seinen Till und mit diesem Nebel und... krasse Scheiße einfach. Hat aber jemand fein säuberlich ausgeschnitten hier. So, jetzt kommen wir doch zu dem Basketballspieler, oder? Er sieht nervös. Ich würde gerne töten. Wie würde ich. Ach, die kennen wir doch. Kommen die jetzt zu mir? Äh, ich hoffe nicht. Ich glaube, ich lass die mal lieber offen. Ach, Sport ist Mord. Sport ist Mord. Ich sag's doch. Arschloch-Spiel. Arschloch-Spiel. Aber irgendwie wundert es mich nicht, dass wir die beiden Typen wieder treffen. Äh... Kann ich? Oder fallen die dann gleich über mich her? Ich glaube, die fallen gleich über mich her. Ganz brav. Ganz brav, Jungs. Alter. Boah, ein Glück lassen die mich in Ruhe. Aber ich... Ich trau der Stille sowas von nicht. Ich bin... Ich misstrau dieser Stille. Ich sag's doch. Ah... Äh... Äh... Er hat den Korb am Ende doch getroffen. Spielverderber. Was? Äh... Kann ich? Nee, oder? Der lässt mich garantiert auch nicht durch. Alter, wie siehst denn du aus? Oh, nö. Was ist denn jetzt los? Aua! Äh... Äh... Ah, warte mal, warte mal. Jetzt kommen die zwei. Okay. Und ich kann hier nicht... Fuck, dann bringt mir das überhaupt nichts. Äh... Scheiße. Ich dachte, ich könnte jetzt hier irgendwie durch die Tür, wenn die zwei da weg sind. Äh... Okay, kommen sie jetzt hier lang? Weil in den... Ja, kommen sie. Okay, okay, okay. Aber der andere kommt hier nicht lang. Doch, kommt er. Okay, sehr gut. Sehr gut. So, dann mal hier eben schnell lang. Äh... Mal eben noch schnell die Tür zumachen. Aber wie komme ich jetzt hier an den Jungs vorbei? Der lässt mich nicht durch. Äh... Ah, krass. Okay. Ah, man kann sich an denen so ein bisschen vorbeischieben. Und? Kommt was? Kommt was? Uuuhhh... Alter. Alter Schwede. Äh... So. Er hat gespeichert. Und, äh... Ich speichere jetzt auch nochmal ein paar Nerven für die Fortsetzung des Spiels. Uiuiuiuiuiui. Äh... Ist auf jeden Fall wieder mega geil. Auch das hier mit dem... Mit dem Nebel. Das finde ich wieder toll, dass die das eingebaut haben. Das gab's ja im ersten Teil so in der Form noch nicht. Ähm... Da werde ich mich wahrscheinlich sehr schwer tun, äh... mir ein passendes Thumbnail rauszusuchen, weil es so viele geile äh... Möglichkeiten gibt. Ja. Aber für den Moment machen wir erstmal Schluss. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!